Und ein herzliches Willkommen zurück bei einer Schnappstahl, nämlich beim 111. Kampf 1-1-1 mit von Nöhe Gameplay als Hobby bei Pokémon Tekken Dx auf der Nintendo Switch. Ja, ich hab's ja in den falligen Teilen angekündigt, noch zwei Kämpfer haben wir mit Mewtwo zu bestreiten und hoffen mal, dass wir den nächsten Kampf gewinnen. Wir begeben uns mal auf die Suche nach den nächsten Kämpfern. Gegner, wie auch immer. Katsuya Sama aus Frankreich, Siege 16, Clurac. Na gut, okay, mal schauen, wie er sich gemacht mit dem Clurac. Ich hab mit Mewtwo jetzt auch noch nicht mal viele Siege hier bei Online-Kampf, also von daher... Das muss ja nix heißen. Okay, ein Angriff-Hütiger. Und ich kann nichts ausrichten, wenn ich grad... Jetzt bin ich dran, mein Freund. Katsuya Sama, was machst du da? Mit den 16 Siegen. Und schon wieder müssen wir aufholen. Komm da her. Der macht auch immer so fett an viel Schaden. Geht doch. Kann ja nicht sein, dass der mich platt macht hier. Eins, eins. Nix gegen dich, Katsuya Sama. Auch wenn du mich nicht verstehen wirst, wahrscheinlich. Französisch kann ich leider nicht, außer Bojou und Salut oder so. Okay, zweite Runde. Schauen wir mal, jetzt geht's um die Wurst. Das war ja vom Weitmix. Das war ja vom Weitmix. Scheiße. Na. Nein. Boah, das gibt's noch nicht. Nein. Boah. Oh, scheiße, nee. Das gibt's noch nicht. Oh, Mann. Das ist doch irgendwie so ein Fluch, oder? Da hat mich doch irgendwer verflucht. Dass ich immer den ersten Kampf gewinne und dann verliere ich nur noch. Das gibt's doch nicht. Hm. Dann auch noch schon wieder so knapp, dass ich da verliere. Das verliere ich nicht. Meine Fresse. Aber herzlichen Glückwunsch. Katsuya Sama oder sowas. Keine Ahnung, aus Frankreich auf jeden Fall. Viel Erfolg noch beim Höherwerden. Du schaffst es bestimmt. Okay. Ich danke euch beim Zuschauen, falls ihr mir zugeschaut habt. Und bitte euch natürlich auch meinen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Tekken DX Online Rangmatch mit von Löher Gameplays als Hobby. Und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite. Und dann sehen wir uns vielleicht bei einem anderen Let's Play oder beim nächsten Teil. Und auf Wiedersehen und Tschüss.